Yo Leute, ich bin's, euer CryManimalTV und heute zeige ich euch einen richtig geilen Glitch, wie ihr Out of Radar gehen könnt. Das Ganze geht ziemlich einfach und zwar braucht ihr als erstes eine Garage mit 9 Plätzen, dann holt ihr euch von der Straße irgendein Auto und fährt es in die Garage rein. Wenn ihr das gemacht habt, fährt ihr es auch schon wieder raus und ihr stellt es neben die Garage. Danach holt ihr euch ein anderes Auto von der Straße und legt euch schon mal die Granaten bereit. Wenn ihr das gemacht habt, dann öffnet ihr euer Handy und geht auf schnellen Job beitreten. Ihr drückt X und wirft die Granate auf das Auto, was noch draußen steht und bestätigt und fährt dabei in die Garage. Jetzt wählt ihr die Garage aus, in der sich das Auto befindet, was ihr gerade zerstört habt und fährt da rein. Jetzt kommt ihr in die Auswahl, wo ihr ein Auto ersetzen müsst. Da ersetzt ihr den leeren Platz. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr warten, bis ihr dem Job beitritt und ihr müsst ihn dann auch direkt wieder verlassen. Jetzt baut ihr irgendwo random auf der Map und ihr seid Out of Radar. Wenn alles geklappt hat, dann solltet ihr jetzt keine Straßen mehr sehen und euer Pfeil sollte beim Apartment sein. Ja Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.